Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 9. April Der Engel sprach zu den Frauen Er, der Auferstandene, wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Und sie gingen eilend. Siehe, da begegnete ihnen Jesus. Matthäus 28, Verse 7-9 Der arme Engel Er hat sich sicher gewaltig gefreut, den armen, bedrückten Frauen am Ostermorgen die herrliche Botschaft zu sagen. Jesus lebt. Dabei richtet er gleich den göttlichen Auftrag aus. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr den Auferstandenen sehen. Das war doch eine klare Botschaft. Aber dann fällt der Herr Jesus diesen Gottesboten gewissermaßen in den Rücken und begegnet den Frauen schon nach ein paar Schritten. Ist da nicht etwas schief gelaufen, wenn der Herr nun die Engelbotschaft einfach nicht beachtet und sie beiseite schiebt? Ja, was ist denn da passiert? Ich glaube, es gibt nur eine einzige Erklärung dafür. Die Ungeduld des Herrn Jesus. Die Ungeduld, mit der es ihn treibt, seinen verwirrten, notvollen Jüngerinnen Freude und Toast und Leben zu bringen. Es zieht den Heilern so gewaltig zu den Seinigen, dass er, man verzeihe den Ausdruck, die ganze Regie über den Haufen wirft und zu seinen armen Jüngern läuft. Dass der auferstandene Herr so den Engel ins Unrecht setzt, ist eine Auslegung des Liedverses. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des, der sich zu dem Sünder neigt. Ein menschlicher Bote würde sich ärgern, wenn er einen Auftrag bekäme und der Chefin gleich darauf ins Unrecht setzt. Aber der Engel hat sich bestimmt über Jesu Ungeduld und Liebe gefreut. Und wir dürfen uns auch darüber freuen und anbeten. Herr, wir danken dir für deine Liebe, die dich zu uns mit solcher Gewalt treibt. Amen. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Jesus Christus segne dich. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Sei gesegnet.